Und weiter geht's. Oh Gott. Das sind wieder Trickjumps, die man hier machen muss. Haha. Got you. Ja, der Hellhunter. Boah, nee, doch nicht so. Okay, das war dumm. Haha. Wow. Nein, ich wollte mich da noch ranhängen. Ah. 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 Oh, das war schlecht. Oh, noch geschafft. Wuhu. Wuhu. Autsch, das war dumm. Autsch, das war dumm. Autsch, das war dumm. Autsch, das war dumm. Mmh, 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 mmh. Hä? Mmh, 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 mmh. Mmh, mmh. Yes! 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 Safe! Wuhu! Crankive, here I come! Upwards! Yeah, Crankive time. Ich starte den Kampf mit einem Röpser. Okay. Okay, gehst du zurück? Fuck you! Okay. Ouch, das war eben... Okay, das muss ich noch ein bisschen timen. Seine Attacks. Und man kann es nicht skippen. Achso, ich muss erst runter. Und man kann es nicht skippen. Scheiße, man kann es nicht skippen. Kann ich die beim Hochballern? Kann ich die beim Hochballern wischen? Nein, natürlich nicht. Okay. Gut so, gut so. Gut so. Huuu! Nein! Fuck! Okay, wenn man so ausholt, muss ich oben stehen. Wuhu! Hippelig! Wir sind hippelig! Hallo, Crankive! Freut mich nicht, deine Bekanntschaft mal wieder zu machen. Fuck! 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 Okay, gut, das muss ich noch ein bisschen rauskriegen. der Antwerp war 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 wird mit Metroid Mucker was den den K oder entern den quarter oder klingt wie ein Elefant aber mal wieder und da kommt er schon wieder aus Wunder nach der 부탁 an von 24 Minuten diese scheiß Screens den und die jetzt ist ich ihn nicht mehr treffen. Das ist fies. Echt mal, Emero, warum erkennst du nicht, dass das zumindest zur Hälfte Zanggift ist? Das war der falsche Weg. Es ist scheiße. Ich muss echt noch mal genau hingucken. Ich mein, ich hab zwar eine Brille auf, aber ich erkenne trotzdem nicht, von wo der bolzt. Ja, ist gut. Es ist fies, dass man da auch nicht mehr treffen kann. Okay, wo kommt er? Ja, ich wusste es. Ich bin vor allem im Moment noch weg, aber das bringt mir dann auch nichts mehr. Okay, schön, dass ich das angriffen muss, man merken und dann danach spielen. Okay, das ist das. Genau. Stirb! Ah, second phase. Wow, fuck you, fuck you, fuck you, fuck you, fuck you, fuck you, fuck you. Hä? Die renne ich bestimmt nicht hinterher. Hadouken! Und... Ah, fuck. Mein Gott, es sind Blankers? Äh, was zum... Nein, das war zu spät. Nein, aber... Nice try bisher. Abwärts! Ähm, aber ich muss trotzdem zugeben, ich halte mich recht gut. Stirb! Ähm, dün, 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 dün. Boah, wo? Ähm, dün, 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 dün. Okay, was machst du, was machst du, was machst du? Ah, tut den hier machen! Da beinahe nebengegangen. Nein! Dün, 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 dün. Okay, gut, dann halt nochmal. Dün, dün. Äh. Äh. Geh weg. Genau, geh weg, geh weg, geh weg, geh in der nächste Phase. Danke! Äh, und Tschüss! Hä? Hau ab! Genau! Braver Crankyp, schön abhauen! Hm. Fuck you! Fuck you! Fuck you! Final Phase! Zoom! Und Orcs! Nee, ich glaub, da geh ich lieber nachträglich rauf. Höhe. Ich glaub, da geh ich lieber nachträglich rauf. Du, 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 du. Ah! Bumm. Bumm. Sorry, Leute, das muss raus. Ich bin obersatt vom Mittagessen noch. Genau, verpiss dich, verpiss dich. Er macht, er macht, er macht. Er macht diesen hier. Geh weg. Geh weg. Genau, geh weg. Und tschüss. Auf nach oben. Ähm. Hadouken! Da hätte ich eben nach unten ausweichen sollen. Weckadouken! Er hat mich weg gehadouken! Könnt ihr es glauben? Einfach so weg gehadouken! Warum kann man das nicht skippen? S! 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 Kid wird ganz hippelig, weil er S drückt. Nein, weil ich S drücke. S! 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 Und es klappt nicht. Aber hey, ich behalte ganz schön gut meine Fassung. Alles, die könnte daran liegen, weil ich so gut einen Fortschritt mache. Haha! Ich hätte nicht gedacht, dass ich die Wallstamp-Scheiße doch so schnell hinbekomme. Ha! Und jetzt stirbt, Crankle! Okay, was machst du? Was machst du? Was machst du? Du machst den hier. Äh, nein, den machst du doch nicht. Scheiße. D-d-d-d-d. Mh, hm. Okay, ich muss noch, ich muss noch nachdenken. Wann holt er aus und wann, naja, tut er noch... Okay, wann er holt er nach hinten aus, um zu punchen? Und wann er holt er noch oben aus, um zu, naja, zu hämmern. Ich nenne es einfach mal hämmern. Und jetzt stirbt. D-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d. Ha! 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 D-d-d-d-d-d... Okay, was machst du? Was machst du? Was du, du machst. Den hier, genau. Ah, toll. Bei dem Angriff, da kann man nicht so Schlange zuhauen. Äh, zu ballern, das ist gemein. Das kostet mich Zeit, du Schwein, du. Das war wieder der Das ist nicht leicht zu erkennen, was der macht Also sorry, Leute, falls ich hier sinnlose Tode mal wieder sterbe Mann Das kann doch nicht wahr sein Okay Ganz ruhig bleiben Ich hab die Walljumps geschafft, das Schlimmste ist vorbei Das Schlimmste ist eigentlich vorbei Oh, okay, das war blöd Nein, das war blöd Nein, das war blöd Nein, das war blöd Jetzt brauch ich definitiv zwei Angriffe Also wenn man da einmal verkackt, dann hat man sowieso verkackt Ha, Mist Man kann doch nicht mehr ausweichen Man kann nur in Deckung gehen Ausweichen ist nicht